Wir bieten Überholung und Schutz gegen starken Verschleiß- und Korrosionsumgebungen in allen Industrien. Dies sind in erster Linie die Branchen Zement, Energie, Öl, Stahl, Bergbau, Abfallverbrennung, Zellstoff und Papier. Jede Industrie hat ihre eigenen, besonderen Teile, Standards und Anforderungen. Wir haben die Lösungen und Ressourcen, um diese Schlüsselteile zu überholen und ihre Leistung zu verbessern. Wir haben hochqualifizierte, globale Branchenteams zusammengestellt, die darauf ausgelegt sind, das Optimum aus ihrem Betrieb herauszuholen. Abhängig vom jeweiligen Teil und ihren speziellen Anforderungen können wir eine Produkt- oder eine Servicelösung anbieten. Anwendungen, die Service erfordern, können in unseren Werkstätten oder vor Ort ausgeführt werden. Werkstättsanwendungen können beispielsweise sein, Leseauftragsschweißen von Ölteilen und Kesselrohren, die Reparatur massiver Teile oder der Schutz von Ventilatoren. Häufig können die Instandhaltungsarbeiten jedoch nur vor Ort vorgenommen werden. Für diese Fälle stehen uns engagierte, erfahrene und global agierende Teams zur Verfügung, die rund um die Uhr an dem jeweiligen Projekt arbeiten. Das Spektrum unserer Servicetätigkeit reicht von kleinen Teilen bis hin zu umfangreichen Oberflächenbeschichtungsprojekten, die sich über Wochen oder gar Monate hinziehen können. Wir investieren in die Technologie, die Logistik und die Verfahren, die erforderlich sind, um diese anspruchsvollen Vor-Ort-Projekte erfolgreich durchzuführen. Unsere Spezialausrüstung ist ausgelegt, um den harten, bei Vor-Ort-Arbeiten herrschenden Arbeitsumgebungen standzuhalten. Außerdem können wir auch unsere Kunden, die weltweit Anlagen betreiben, Support anbieten. Unsere spezialisierten Teams sind flexibel und führen die gleiche Reparatur überall auf dem Globus mit der gleichen professionellen Ausrüstung durch. Stärker mit Castellin Eutectic